Was ist die Zähne? Ja, man wird abgeholt, das ist alles perfekt. Reise gebucht, Hotel gebucht, abgeholt, dann in die Klinik gebracht. Schöne Zähne, kann wieder gut essen. Ja, ist einfach schön. Keine Prothese mehr, die ich rausnehmen muss. Wenn man Probleme mit den Zähnen hat, da herkommen und es machen lassen und es ist gut.